Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Monatsrückblick hier auf Aero Telegraph. Wir blicken zurück auf den Monat Januar. Da gab es einen Streit zwischen Katar Airways und Airbus, zwei Bogen 777, die sich gefährlich nahe kamen und weitere Themen. Im Januar ist der Streit zwischen Airbus und der Airline Katar Airways eskaliert. Schon im vergangenen Jahr gab es dort einige Reibereien. Grund dafür sind anscheinend Lackschäden am Airbus A350, die bei Katar Airways wiederum dazu führten, dass 21 Flugzeuge nicht in Betrieb sein können. Katar Airways verlangte dann einen Schadensersatz von 618 Millionen Dollar. Ein ganz schön großes Sümmchen, was Airbus natürlich nicht zahlen möchte. Und somit gab es auch Klage von Katar Airways vor dem Londoner Gericht. Doch damit ist der Rosenkrieg zwischen Airbus und Katar Airways nicht beendet. Der europäische Flugzeugbauer möchte die Anschuldigen natürlich nicht auf sich sitzen lassen und sagte, die europäische Luftfahrtbehörde hat diese Schäden am A350 geprüft und als nicht bedenklich eingestuft. Auch Lufthansa und Finnair sagen, okay, es gibt immer wieder Schäden am Lack des Airbus A350. Das ist aber nur ein kosmetisches Problem und hat nichts mit der Sicherheit der Maschine zu tun. Airbus wirft Katar Airways nun also vor, mehr oder weniger diese Flieger stillgelegt lassen zu haben von der katarischen Luftfahrtbehörde. Denn aktuell während der Pandemie ist es halt so, dass Katar Airways nicht diese volle Kapazitäten benötigt und diese Flieger im Zweifel gar nicht so wirklich braucht. Und jetzt also diese Schäden am A350 nutzen möchte, um daraus Profit schlagen zu können. Nach einigem Hin und Her veröffentlichte dann auch Katar Airways ein Video, welches diese Schäden am A350 zeigt. Es sind Lackschäden, aber auch angeblich Schäden in den Verbundswerkstoffen der Maschine, die wiederum dazu beitragen, dass der Blitzschutz nicht so gewährleistet ist, wie er eigentlich sein sollte. Und das ist anscheinend der Grund, weshalb diese Flieger nicht einsatzfähig sind, laut Katar Airways. Airbus wiederum ließ sich das Ganze nicht gefallen und kündigte somit eine Order von 50 Airbus A321neo, die für Katar Airways vorgesehen waren und geht noch einen Schritt weiter, denn Katar Airways hat aktuell noch laufende Bestellungen für den A350. Zwei A350 sind nun fertiggestellt und Katar Airways weigert sich, diese abzunehmen, was wiederum aus Sicht von Airbus ein Vertragsbruch ist. Somit hat Airbus nun auch beim Londoner Gericht Dokumente dementsprechend eingereicht. Man sieht, dieser Kampf, dieses Machtringen ist nicht vorbei. Da wird noch einiges kommen. Da ist kein Ende in Sicht und auf unserer Website kriegt ihr natürlich immer als erstes mit, wenn es da was Neues zu gibt. Wir kommen zum nächsten Thema und gehen von Doha nach Dubai. Hier sind sich am 9. Januar zwei Boeing 777 von Emirates gefährlich nahe gekommen. Die eine Maschine hat die Anweisung bekommen, über die Bahn 30R rüberrollen zu dürfen. Währenddessen war eine andere Boeing 777 von Emirates aber gerade dabei zu starten. Das heißt, die Maschine hat schon beschleunigt. Laut aktuellen Informationen hatte sie aber gar nicht die Erlaubnis dazu. Die Flugsicherung bemerkte den Fehler der startenden Maschine mit dem Kennzeichen A6 EQA und wies diese daraufhin an, den Start sofort abzubrechen. Währenddessen war die andere Maschine mit dem Kennzeichen A6 EBY noch auf der Bahn, konnte diese aber rechtzeitig verlassen. Auch die startende bzw. beschleunigende Maschine konnte dann rechtzeitig abbremsen, obwohl diese schon bei der Aufforderung, den Start abzubrechen, bei 130 Knoten war. Das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Etwa 30 Minuten nach diesem Vorfall sind dann beide Maschinen wieder planmäßig gestartet zu ihren Zielorten. Emirates selber hat gesagt, man wird interne Untersuchungen einleiten, kann aber aktuell keine weiteren Informationen zu diesem Vorfall geben. Am 15. Januar sorgte eine Boeing 747 von Airbridge Cargo auf Flightradar deutlich für Aufsehen. Eigentlich war es ein ganz normal geplanter Flug von Moskau nach Leipzig. Allerdings flog die Maschine nicht wie gewöhnlich einfach Richtung Westen, sondern erstmal ein ganz weites Stück Richtung Norden bis hin über Finnland, um dann nach links zu drehen und über die Ostsee, dann über Deutschland nach Leipzig zu fliegen. Anscheinend befanden sich in der Maschine ausschließlich Container und Paletten für DHL aus Hongkong, welche nach Leipzig gegangen sind. In Moskau sollte lediglich ein Tankstopp eingelegt werden. Das heißt, dort ist keine Fracht eingeladen oder ausgeladen worden. Der Stopp dauerte so in etwa zwei Stunden. Und eigentlich lief alles nach Plan bis auf diesen Umweg. Jetzt ist an sich so ein Umweg nicht ganz unnatürlich. Man hat immer mal wieder Wetterereignisse, die dazu führen, dass man eine Umleitung fliegen muss. Das war hier allerdings nicht der Fall. Ebenso ist es auch manchmal möglich, dass eine Airline oder Flugzeuge aus einem bestimmten Land ein Verbot bekommen, um über bestimmte Staaten hinüberfliegen zu dürfen. Das war hier aber auch nicht gegeben. Das heißt, es gibt keine logische Rechtfertigung für diesen Umweg. Auf Anfrage selber hat die Airline das Statement abgegeben, dass dieser Umweg technisch bedingt war. Die Maschine hatte wohl ein Defekt, ein technisches Problem und war laut Aussage der Airline nicht betrieblich einsatzbereit. Das aber widerspricht so ein bisschen den Informationen, dass diese Maschine Fracht für DHL nach Leipzig befördert hat. Die Airline sagt, man hat den Flieger von Moskau nach Leipzig gebracht, um in Leipzig eine Wartung durchführen zu lassen. Dort liegen aber auch keine Informationen jetzt zu einer konkreten Wartung vor. Von Leipzig aus hat die Maschine auch selber den Betrieb ganz normal fortsetzen können. Es ist also ein großes Rätsel, weshalb dieser große Umweg über Finnland gemacht wurde. In Finnland selber haben einige Medien darauf aufmerksam gemacht, dass die Route dieser Boeing 747 an zahlreichen Militärbasen sowie auch an einem Geheimdienststützpunkt in Finnland vorbeiführte. Ob das tatsächlich mit dem Umweg zu tun hat, kann man mit Gewissheit nicht sagen. Wenn es da aber neue Sachen gibt, dann steht das bei uns auf der Seite. Ansonsten müssen wir uns da leider ein bisschen in Geduld üben. Und zuletzt noch eine gute Nachricht für alle A340-Fans von euch da draußen. Denn die Lufthansa hat am 17. Januar wieder den ersten A340-600 in die Flotte aufgenommen. Eigentlich sollte der Flieger ja ganz aus der Lufthansa-Flotte verschwinden. Dann hat nun allerdings einen kleinen Engpass und zwar ein First Class Engpass. Mit dem Verschwinden des Airbus A380 sind natürlich First Class Kapazitäten weggefallen. Ebenfalls gibt es in München das Problem, dass man hier nur noch den A350 auf Langstrecke hat und somit gar keine First Class anbieten kann. Der A340-600 wiederum hat noch eine First Class und wird nun nach und nach teilweise zurück in den Betrieb genommen. Die erste Maschine mit dem Kennzeichen DAIHT hat den letzten Passagierflug im März 2020 absolviert, also fast zwei Jahre her. Im November ging es dann zur Lufthansa-Technik nach Malta. Dort wurde der Flieger auf Herz und Nieren geprüft und jetzt ist er erstmal dann ab Frankfurt im Einsatz. Im April soll er dann mit vier weiteren A340-600 nach München umziehen, um dort wieder eine First Class anbieten zu können. Und dann im Jahr 2023 sollen dort auch die ersten A350 mit der First Class im Einsatz sein. Das heißt, dann wird der A340 wieder nach und nach aus der Flotte hinausgenommen, weil dann der A350 diesen Engpass der First Class selber ausgleichen kann, wozu jetzt nun der A340 gebraucht wird. Das war es schon wieder mit unserer Ausgabe des Monatsrückblicks bei EroTelegraph. Ich hoffe, ihr konntet einiges dazulernen, ein paar Informationen erhalten, die ihr nur nicht kanntet. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr im Januar so am spannendsten fandet. Wir sehen uns dann im Februar wieder. Macht's gut, bis dann!